Musik Musik Bei uns ist es so, dass wir das Mehl aus einem eigenen Betrieb haben, also mein Elternhaus ist eine Mühle in Oberösterreich, also da wissen wir eigentlich fast genau, wo der Weizen am Feld steht. Was natürlich bei uns auch regional ist, sind die Arbeitskräfte. Wir haben 30 Mitarbeiter, die wir hier am Südkirchner Standort beschäftigen. Unser Schwerpunkt in der Panzerhalle wird Bäckerei sein. Wir sind vor Ort mit unseren Brotsorten, allen voran das Dampengebäck, wo wir Teile auch produzieren werden. Mir gefällt einfach das Zusammenspiel, dass dort auch Büros sein sollen und aber generell der Gedanke, dass einfach in einer Halle alle Branchen, die mit Lebensmitteln zu tun haben, bestmöglich vertreten sind. Mögen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020